Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge wieder mal auf der Landers um. Es hat sich ein wenig verändert. Wir haben einen bisschen höheren Kontostand. Das liegt daran, weil wir einige Sammelstücke eingesammelt haben. Und deswegen, also wir haben eigentlich alle gesammelt, aber weil wir uns nicht so einen großen Vorteil verschaffen wollten, haben wir das bisschen verringert. Deswegen aktuell unser Kontostand 240.000, aber so ist jetzt mehr der Plan. So, und heute sind wir gemeinsam hier mit Ben, Justin, Lars, Maxim und auch noch Carlos. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir machen heute das große Grashexen hier erstmal und dann mal schauen, was wir danach machen, ob wir noch Zeit haben überhaupt. Ja, es stehen schon alle bereit, wir fangen einfach an. Ja, extra fährt vor. Ich warte mal, bis ich alle angeschlossen habe. Wir fangen unten auf der 71 an, würdest du sagen. Gut oder das nicht so? Nö, ich rei mich da mal ein. Hallo, Lars. So, ich warte mal vorne auf die Spannung. Alles gut. Das muss denn was sein. Hallo, ich warte mal, bis alle da sind. Wie schnell fährst du? Ich glaube, ich warte mal, bis alle da sind. Wann fahren? Sind alle da. Gut. Ah. Da war es so ein Auto, aber ich bin ein bisschen breit. Aber jetzt nicht viel. Nicht durch meinen Maisacker, bitte. Nicht durch meinen Maisacker. Ja, das war es auch so eine Rechtsschlänger. Und. Wuuu. Luca, das halte mich, ne? Ich habe doch gar nichts berührt. Nicht mal ansatzweise. Luca hat ungefähr drei Malzpflanzen kaputt gemacht. Das muss Justin jetzt bezahlt werden. Junge, Alter. Du meinst, meine Kille, meine Kühe, meine Kühe kann zwei Minuten nicht mehr essen, Junge. Nur Justin hat da jetzt wieder eine Rechnung, die punktstellig ist. Ja, die ist auch punktstellig, oder? Ja, du merkst das selber, das Problem, oder? Luca, du hast da auch das Spann-Dreieck dran. Ja. Das ist ja auch das Problem, dass vorne, vorne, das Problem ist mit dem Lisch, dass du, äh... Dass sich da so ein Dreieck bildet. Ja. Ja, normal. Okay. So, bei dem fangen wir nicht an, ne? Bei dem Hintergrund. Ne, bei dem Hintergrund. Müssen bloß ein bisschen gucken, wie wir uns stellen. Mal es nicht aufzuhalten. Rechts ist ein toller Hof, ey. Ja, da ist der fatale Mui-Fatalhof. Ich würd' sagen, dass zwei Leute erstmal hier hinten an der Wiese warten und Lars und nicht werden zuerst vollgemacht. Ja, ja. Ich komm mal einfach vor, alle. Ich komm auch noch nach. Aber wir fangen hier direkt an. Auf welchen Hof? Ja, wir warten mal hier und dann schauen wir mal. Auf welchen Hof mussten wir warten, dass wir weitermachen dürfen? Auf uns? Ja, bro, da kommst du nicht rum, dann fangen wir hier gerade aus. Ey. Alter, weißt du, wie wir mal machen müssen? Ey, da ist hier gerade aus. Ja, bitte schon. Ja, das ist so krass. Nicht schlimm, ich gehe in der Dreckung, ich habe mich eingestellt. Okay. Äh, wie heißt das? Einfach ein... Einmal das Vorherumdrehen, der Wegweite direkt, der kommt irgendwie aus der realen Landwirtschaft. Ja, welcher Mensch fährt den Links beim nächsten Motorpark? Der Linkshof? Der Links hat sich ausgegangen. Unter was ist das denn? Keine Ahnung, da steht so alle Hilfe anzeigen und sowas. Ich weiß auch nicht genau, wie das heißt. Der ist einfacher Inspektor, ne? Ja, müsste. Wie viel fährst du, 15? Ich dachte, wenn du kannst, bei dran, echt noch 14. Okay. Good to know. Ja, da ist noch so ein anderes Alle-Hilfe-Anzeigen oder so, das musst du ausmachen. Das kennst du nicht sonst irgendwie weg. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau. Wer liegt da schon wieder? Ey, kann ich auch schon wieder da sein. Achso. Und da mit diesen 2.1... 3.2. Da hinten, da hinten, da hinten, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. Du, da kommst du noch? Ja, ja, locker. Sehr gut. Sehr gut. Ne, da ist das Öko. Scheiße. Die sind irgendwie durchgezogen. Scheiße. So, Scheiße. Und jetzt heißt es auch immer nicht rechts, wir haben gescheitert. Ich durfte das Ding. Ist schon. Ist das auch so eine gute? Ja, so kleiner laut. Maxim, du kommst als nächstes, oder? Luca, du hast draußen ein Schild eingeklappt. Ist das schrecklich. Ja, Digga, das war Justin. Weil du meine Codeflügel abgebaut hast, ey. Ja, ich fahr ab. Ja, Luca fährt. Du kannst ja dann mal deine Schilder ausklappen. Ja, das werde ich jetzt erstmal tun. Bevor ich hier losfahre. Guck mal, wenn direkt auf die Tonfälle hört der Spaß auch mit dich an, ja. Ja, und bei Warnschildern links und rechts auch. Vor allem, wenn nur eins eingeklappt wird und nicht beide. Ja, ich fahre jetzt gerade, komm, wir gehen direkt auf den Netz. Ja, davon runter. Oh, halt, der hat schlechte Bremsen, halt, der hat schlechte Bremsen. Äh, acht. Hat Luca wieder die Bremskraft auf 20% runter? Ja. Ich bin noch zehn dran. Warte, bleib auch stehen und verrückwärts. Du weißt ja, was für eine Mühe rückwärts fahren ist. Nee, ich weiß nicht, aber du kannst zurück. Ein bisschen, ja. Mit Drehschirm kann ich... Du musst halt ein bisschen auf meine Geschichte spielen. Aber hat mal ein bisschen müssen, oder? Du musst halt diese auf meine Geschichte spielen. Carlos, machst du schon so, dass man dann von hinten so runterfahren kann, oder? Ja, natürlich. Ich bin nicht hoch, ich mach' den Klappen. Nee, hier geht's nicht rein. Maxime. Hm, Maxime, klar. Warum, warum wolltest du da in den Zaun rein? Ich hab' die Powerball nicht. Ich hab' die Powerball nicht. Ähm, wo ist das nächste Feld, Luca? Äh, nächstes wäre... 99. Ah, da drüben. Auf geht's, Lars. Jo. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich doch vielleicht auf die Anfassung brauchen. Ja, jetzt, gerade ist nur noch Gas da. Obwohl, ich hab' 77 Prozent. Ja, aber jetzt, jetzt ohne Umsatz wäre es auch voll. Ja. Ich bin ja trotzdem abgefahren. Ich war auch nicht ganz schön, ich war einfach weg. Und der Silofahrer hat massiv viel Spaß. Ja. Und viel macht ihr zusammen im Silo? Ja. Würde ich schon sagen. Ja, sieht schon auf jeden Fall schön aus. Schaut schon mal nicht schlecht aus. So würde ich das interpretieren. Wenn wir Pop nachher noch hätten könnten, ja mein Meister würde ich jetzt lassen. Was hat denn der Anhänger für Physik? Der fällt ja bei jeder kleinen Scheiße um. Ja, weil der halt unheimlich schwer ist wahrscheinlich. Was hast du denn? Du hast den als Hümer da drauf, na klar. Der Hümer, das Ding hat nur einen Schwerpunkt. Da war immer der für's den Kreide holen, sag ich. Der Müsliriegel. Hümer. Hümer. Der Dramis Müsliriegel. Er wäre bis zum Hoch gereicht. Digga, er liegt schon wieder. Er ist im Stadt rumgefallen. Ich schneide das gleich zusammen, und schick das bei uns. Ja, das wäre gut. Luca, kannst du mir mal einen geben bitte? Du hast LU. Ich fahr mit euch. Ich fahr einfach hinter Ben dann her. Ich fahr einfach kurz ab. Ben! Wo willst du lang? Ja, runter ist glaube ich kürzer. Der geht da rum, da kann man Donuts ziehen. Oh mein Gott, fast noch in mich reingeschäppert. Ja, ich mach jetzt extra knapp und ich würde bei dir fahren. Reaktionssatz. Das ist ja so. Weil du kannst ja weit abfunkern. Ja, klar. Ja, sicher. Und willst du so langsam? Gib doch mal Gas. Ja, schau mal. Menschenskinners. Ich hab 300 PS mehr wie dem Lappen. So viel Spaß raus. Ich danke dir. Bis. Oh, hier sind die Fettenschwaden. Oder hier ist meine nur vorgewendetechnik. Einfach ein Gott. Wie ist die nur vorgewendetechnik? Ja, die schauen eigentlich gar nicht so kacke aus. Digga, das wird jetzt ein Spaß sag ich. Alter. Schluck der. Gar kein Ding, Diggi. Die ist denn ja breit. Bleib über den Pinzeps. Die sind ja ziemlich schmal. Volleyball. Die sind schon klein, dass sie direkt 20% haben. Zack der Hase. Zack der Hase. Das ist ein bisschen geregelt. Scheiße. Der Acker gibt es erstaunlich gut. Aber hier hinten habe ich es für kleiner gemacht. Oder vorne. Ja, ja. Das merkt man direkt. Da habe ich es schon realisiert. Maxim, weiter mal bitte kurz. Aber abend hat es mehr gekriegt. Halt Rohr, häng fest. Nicht nur Rohr, glaube ich. Ja, ich hab dich mit reingetragen. Achso. Das ist jetzt super optimal gelaufen. Ich fahre ein Stück höher. Danke. Warte, du musst ein Stück zurück. Warte, ich fahre. Ansonsten fahre ich aus. Ja, wenn du jetzt fahren kannst, kommst du da oben. Oh nein. Juuuung. Jetzt ist schon wieder gehen, oder was? Nein. Ich glaube nur, dein Lesser hat sich aufgenommen. Egal, du stehst ja gerade so gut. Jetzt hättest du gar nicht sagen, Boba. Du stehst ja gerade so gut am Rand. Ich glaube, ich nehme die ganz linke. Okay. Jungs. Ja, haben wir schon gesehen. Er ist sogar nicht sangenbraucht. Aber Lars ist ja schon wieder da. Ja. Wie schaut, das sieht eigentlich aus. Sehr gut. Er macht das richtig gut. Ich lass den jetzt einfach fertig machen. Ja, wenn du schaffst, zieh dir meistens das Ganze hinter den Hubbel. Und bis zum Ende hoch. Lars, du kannst schon langsam rankommen. Das ist ein Johnny-Lock schaffst du. Ach, sonst ist man der Regen für heute schon, wenn du das sagst. Lohnt sich's nochmal beizutreten? Ich glaube, für's Häckseln nicht. Mein Maid muss noch weg. Ja, wenn dann danach, nach dem Gras. Lass erst das Gras fertig. Bremsen! Gut, voll. Ich danke dir. 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 Ich hatte irgendwie gehofft, dass jetzt hinten im Spiegel Maxim umfliegt. Ey, der Anninger macht... Der Anninger macht Praxen, Leute. Ey, wunderlich, stell wieder. Ey, nur weil du da mit mir fahren kommst, um zu duft zu büften. Ja, und du wirst nicht blöder, denn er lässt normal zu starten, ohne dass er abstürzt. Der Anninger fährt permanent aus zwei Rädern, Leute. Was kann ich denn dafür? Stell dir nicht so. Ey, Luca hat's zwar auch geschafft damals mit dem 96-200-Fliege-TMK. Ihr kennt das Filler gespannt nicht. Deutz 7 mit einem Bergmann an. Kann's hochdurchfahren, Luca. Ihr kennt das nicht. Justin und Luca kennen das Livo. Ja. Ja, da fahr' rüber erst. Das ist auch okay. Naja, jetzt fahr' ich durch. Oder? Na, doch. Ich fahr' rüber erst. Fahr' bitte bis ganz hinten hinten und lad' da hinten ab. Lad' auch extra Proteine, oder? Soll ich einen Haufen oder ziehen? Warte, warte, warte. Ja, da haben wir ja noch eine Wiese, oder? Nee, zwei. Lad' unten, verzieht dadurch und unten ein bisschen mehr wieder. Und da stehen bleiben. Ich danke dir. Kein Problem. Also Jungs, wir können jetzt auch durchfahren. Gut so, für alle. In die größte Wiese der Kombi hat's gleich mal mit einem absolut heftigen Berg. Soll ich da direkt hinfahren, oder? Ja. Nimm bitte den Berg mit. Fürs Fiege. Den Berg. Warte mal, ich fahr' da so viel. Muss ich denn da links. Ja, fahr' ich auch direkt da hin. Dann lass' mich direkt ab, äh, direkt fahren. Probiert wegfahren. Ja. Oder braucht ihr noch einen? Nee. Null. Okay. Ich bin ja alles bald ausgemacht. Na, weil da oben sind halt jetzt ein bisschen teicheres Spargenzeichen. Ein bisschen. Wie komm ich da überhaupt drauf auf die Wiese? Warte, du musst da... Dort wo ich bin längst. Ja, da kommt gleich ein witziger Berg. Ja, genau da. Wenn das die Wiese aus dem neuen Film ist, dann kenn' ich die. Die ist übelgeil. Die ist wirklich am Hand. Alter, ich kotze im... Ich kotze ins Essen, Alter. Na, ich halt's überhaupt drauf. Na, du freust dich schon mit deinen Nassenschaltstufen? Nö. Hallo, Luca, ich bin vor dir dran. Nö. Doch. Nö, weil ich Video bin. Achso. Ich glaub, wir müssen ja nochmal zum Händler ein bisschen was umändern bei der Karte. Wup! Stahl. Äh... Das hab ich dir von Anfang an gesagt. Ach, quatsch, das geht schon so. Und der Hetzanschalt jetzt, wo es rau hingeht, okay? Okay. Jetzt wird's... Ich sag zu Maxim. Maxim? Ja. Ja! Scheiße. Fafor. Einfach Fafor. Ich hab vergessen, den Eggaboss zu klappen. das freie Born in Mord zu klappen. Du musst aber auch erziehen, ne? Nein! Ja! Kann was los los sein? Ich kann 11 kmh. Bitte, du deine Licht. So. Schlager-Bauer ist noch an. Darf ich den Anrufer? Ja, mach mal. Warte, bleib mal stehen. Lass dich links zur Ruhe kommen. Der Maxim muss vollfahren. Das braucht noch kurz. Warte, fahr jetzt mal vor. Aber jetzt kannst du so eine Kurve um mich rumfahren. Ne, ich fahr einfach ein Stückchen vor und dann wieder zurück. So, jetzt fahr. Wie viel habt ihr noch? So. Zwei Felder. Wie viel? Zwei. Zwei. Zwei Felder. Warte. Ja. Ist voll. Oh. Echt? Mhm. Ich lege das? Ich lege das? Ich lege das wieder? Ja, nur dafür schon. Ne. Nein, wir haben es geschafft. Okay, ich kann das Rohr so schlecht einschätzen. Oh, krass. Digga, Carlos kommt gar nicht hinterher. Ja, der Arme. Jetzt liegst du gleich das ungefähr so, Leute. Das ist schwarz. Dann wärst du, oh mein Gott, er liegt so gefühlt bei der Schwarzschung. Ja, ja. Das Einzige. Pass auf, du lieg ich gleich. Ja, ich seh. Ich schau dir Sprengerattel an. Andy! Was? Jetzt hab ich die schwarze Hälfte suchen lassen. Aber doch nicht. Der Acker geht unfassbar gut. Ja, ja. Ist aber geil. Was haben wir falsch gemacht mit unserem Wiesn? Ich weiß nicht, irgendwie Carlos ist dran schuld. Carlos ist dran schuld. War dabei genehm, der Luca. Ich bin nur schuld. Aber das ist schuld. Ja, das ist aber schuld. Ja, da ist auch schuld. Ja, das find ich gut. Okay. Das muss man in die Folie rein. Ey. Ey. Warum lasst du das? Ey. Sag ich dir einfach voraus. Ja, du kannst dann unten hochfahren. Ich glaub ich fahr nach der Bahn auf jeden Fall ab. Wenigstens sogar überhaupt gar nicht ins Tropfen kommt. Alter, was ist das jetzt hier? Boah. Es wird eng. Ja. Ich bin voll. Es ist gut in der Bahn aus. Ja, wir nehmen die Assi direkt. Am besten fahrt ihr dann von unten nach oben. Beim Silo, nicht von oben nach oben. Echt? Das macht schon ein bisschen Sinn, ne? Mit Abfahrt. Aber gut zu wissen. Einfach Abfahrt. Wir sind schon die Wasser. Genau das wegen Maxim. Sieht mal bitte. Weckst du auch auf dem Silo fest mit der Deichse? Ich komm hinten nicht ganz rüber. Ich auch. Weil das halt... Nein, nein. Das ist, wenn du das hochschiebst, steht der über. Das liegt aber am Silo nicht an ihm. Ja. Liegt am schweren Fahrer. Das kann man auch noch aus. Egal. Also, wie rum jetzt, Carlos? Bevor ich jetzt hier reinfahre. Du fährst da unten rechts rein. Aber warte es noch ein bisschen. Ja. Das hätt ich jetzt nicht hochgesagt. Das hätt ich jetzt nicht hochgesagt. Jetzt schieb aber mal richtig. Kann ich Carlos? Ja, ne? Ja, ich muss den Anschubst gehen, sonst passt es nicht. Ja, warte es gehe hin. Alles rein. Nur, dass wir jetzt vordrängen. Passt. Am besten wählst du damit mehr ab. Danke. Danke, danke. Weiter dann. Maxime, lass mich aber noch voll machen. Nö. Doch. Wenn du nochmal nö sagst, dann bin ich es nicht hoch. Ich würde sagen, nö. Du hast ja gar nichts zu melden. Ein bisschen warte. Ja, Lars, du bist ja später. Ich spiel jetzt keiner X-Pedra. Ich glaub, das könnte da hinten leichte Kollision mit dem Mais-Holzin. Du bist jetzt hier rein. Ach Gott, du weißt. Ja. Jetzt macht er wirklich noch Justin Paul. Dieser KI-Verkehr, der ist so nervig manchmal. Ehrlich. Das ohne ist bisschen wenig los. Ja. Ein bisschen mit AD paar Routen machen. Ja. Nicht immer stehen bleiben, wenn man noch auf seiner Spur steht. Ja, das nervt mich immer. Hier habe ich den Spaden etwas größer gemacht. Alter, Fremdor muss stehen, Maxime. Kannst du was? Also, eigentlich kann Maxime auch schon wieder heimfahren. Der Hexte steht gerade am längsten beim nächsten Feld. Das ist auch eigentlich enttäuschend. Ja, aber das liegt an den gewissen, etwas heiteren Schwaden. Ja, oder an... Joa, boah. Ja, ruhig. Joa. Ich denke, was denn da passiert, Leute? Ich guck gleich noch unseren Mais-Hacker an und dann... Ja, da kommt das da aus. Der kommt und kennt das Verfahren der Welt. Der macht das so, wie ich das will. Luca, mach nicht. Nein, mach ich auch nicht. Lass mich rum. Lass mich rum. Die Schwadung kommt immer ein, Leute, ne? Nein, nein, warte mal. Hey, Luca, da vorne ist die Schwad, du Idiot! Ah, da ist noch ne Schwad, lol. Warte mal, ob es weiter fort ist, wenn es geht. Ja, dann kommen wir jetzt Lade. Danke, danke, danke. Lade, danke, danke. Ich bin noch heute voll. Ich bin noch heute voll. Ich hab das gar nicht gecheckt. Lass mal kurz alle noch mal bei unserem Hänger voll gehen, das sind abspektlich. Ja, ja. Hier, jetzt kommen wir auch noch mal voll geworden. Hilfe! Ich wäre dafür, dass wir jetzt bloß gut hoch sind. Nee. was geht denn hier ab ja wir müssen erstmal hier kurz das ist nur noch zehn oder Oh, Maxim fährt einfach in den Wald rein, auch schön. War ne Hände, okay. Wird er seinen Donnie Plastikmüll verschenken oder was? Ich glaube auch, Umweltverschmutzung. Ey, Luca, müssen wir mal anzeigen, Umweltverschmutzung. Aber wie heißt das, bitte darf ich behalten, oder? Darf ich dann behalten, so. Ich glaube schon. Der fehlt doch mal, da muss doch er abgeben meine Betten für 50 Euro. Und das kriegt er ja nicht hin, oder? Das kommt nicht hoch auf 50, oder? Schon hier mit IT-Runner? Nee, oder? Junge, Junge, der saß ja vorher... Rechts, Mom, Luca! Ben, der saß ja vorher drin. Das ist das Problem. Deswegen ist der Preis ja gelündet. Aber ich wollte doch mal was anderes, denn bei uns sieht man sonst nur wie einen modernen Schatz. Dann hätten wir halt mal einen Polenegg mit drin. Ne, aber das sieht man bei uns auch nicht, ne? Wir haben immer Klaas oder John Deere meistens. Wenn überhaupt. Eher Klaas. Wir können die auch mal in die Hollen reden. Nee. Nee. Einfach fährt man in die Hollen, wenn man in Amerika safe, oder? Also direkt machen die. Bei uns fahren auch welche. Echt? Immer wenn ich... Wahrscheinlich zum Niederlanden oder sowas. Ja, safe. Nee, da auch, aber... Je nachdem, wo es der Händler anbietet, ne? So, Luca, Silo anschauen, ist fertig. Ja, darfst du gerne weitermachen. Kannst du verdichten? Ja, also abdecken? Achso, ja, wenn es fertig ist, dann machen. Sonst blöd mich ja auch noch. Luca, du kriegst aber jetzt gleich mal hin, Mann, ne? Hä? Ach, hey, bis zuerst, hast du mir ja schon. Geht er erst mal ums abdecken. Ja, toll, aber er bremst immer noch nicht gut. Eigentlich, da bremst mein Fendt besser. Ja. Ey, aber läuft der Kahn eigentlich jetzt aggressiver, der Fendt, oder ist das immer noch so ne Gurke? Ich hab schon das Gefühl, der ist ein bisschen aggressiver Fendt, aber nicht arg viel. Sogaru? Kann ich hochfahren? Und? Kann ich hochfahren? Sogaru? Ja, kannst du schauen. Schildes. Geht, schildeschen. Let's be safe. Oh Gott, war ich ein bisschen schnell. Passt. Passt. Der hat gar keinen Bock sein Rohr rumzumachen. Mach mal rundwärts. Wie lange habt ihr noch? Ein bisschen. Drei Bahnen. Wobei, dann wirst du mich gleich abmachen. Alter. Wuh. Ja, ist drin, ne? Verhältnis wird zunächst mal wach. Ja, Maxim und Lars sind doch noch da. Soll ich? Nein, ich bin nicht mehr da. Ja, die können ja wieder kommen für Justin dann. Ist ja außerhalb der Aufnahmen. Das ist ja egal. Anders. Soll ich die per Hand mit der Gartenschere? Oder einfach wegmachen? Oder mit der Händenschere, Exit? Mit der Nagel. Oh, bei... Oh, der ist das nicht vor. Der ist nur eine Stunde da unter der Einhaltung. Ja, mach ich nicht. Dann nehmen wir in eineinhalb Stunden. Aber gut. Länger haltet es mit euch halt auch nicht aus. Weißt du, wo mir jetzt der Fliege ist? Ich geh ins Bett. Nee, da geht ja wieder die Badewanne. Na, ich geh ins Bett. Ich zahle die zweite Runde. Zweite Runde. Ah, ja. Hallo, Mann. Nein, es gibt es echt mit der P. Mach mal Hamelster oder welche P. Es gibt Schlafen RP. Nein. Nie. Hä? Alter, BID! BID! ein bisschen und die zwölf oder so nebenan stehe ich nicht und sieben auch mal spätisch war er sich nicht mehr sehen überwältigungszeit noch ausweiten ist als doch ein erinnert vorstück dazu steigen Prozent das würde ich machen das sind die bei der Karlsruhe der Fall Vielleicht bin ich am Stuttgart Hauptbahnhof zufällig für eine halbe Stunde. Soll ich dir Meckles Frühstück schon mal kaufen? Naja, komm drauf an, du musst mich nicht schicken. Die haben ja neue Dinge, da muss ich selber erst mal schauen. Jungs, das ist normal. Und du musst mir auch Preisschitter nicht vergessen, dass ich ganz wichtig bin, Bro. Was ist Carlos? Wohin geht es? Ich komme auf. Nur nach Stuttgart. Ich werde wahrscheinlich im Stuttgart gehen. Carlos, kommst du morgen nach Karlsruhe, oder? Wenn Carlos nach Karlsruhe kommt, dann fahre ich auch nach Karlsruhe. Ich habe nur mit C zwischen Stuttgart. Jetzt steht dir ein FDR. Hey, wo kommst du euch her, Carlos? Was ist? Frankfurt. Ey, bist du auch ein Frankfurt-Fan? Was? Bist du Frankfurt-Fan? Nein, ich schau gar nicht zurück. Jetzt! Entschuldigung, ist den ganzen Tag am Frankfurter Bahn noch richtig? Nein, ich komme in die Nähe Frankfurt halbeschündung. Ich komme in die Nähe Frankfurt halbeschündung. Es ist anders. Sö? Denn wir haben alles fertig gehäckselt bei uns soweit. dann halte ich hier noch ein letztes mal ab also Carlos ich muss ehrlich sagen, Props gehen raus Silo hast du richtig hübsch gemacht bloß da liegt noch ein bisschen Häcksel gut aber damit würde ich dann auch die Folge für heute beenden ich glaube die war jetzt lang genug keine Ahnung wie lange sie jetzt zum Schluss war nach dem Schnitt aber erstmal nochmal vielen Dank alle die mitgeholfen haben natürlich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder vergesst nicht bei G-Portal vorbeizuschauen wie immer mit unserem Link spart ihr immer noch 10% also schaut da gerne vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder Tschau Leute